Wenn ich mich auf Akinator finde, mache ich die Robbe von Julien Bam. Mach die Robbe, Robbe! Oh, starten wir mal rein. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Kann man das ab 20.000 sagen? Ich würde mal sagen, ja, ich mache Videos. Ich glaube nicht. Ist deine Figur weiblich? Nein. Kann deine Figur in die Zukunft schauen? Nein. Spielt deine Figur Minecraft? Ja. Nein. 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 Nein, ich wohne auch nicht in CoinCrofters Zimmer. Hat deine Figur über eine... Nein, habe ich nicht. Let's Hugo? Wer ist das? Uwe? Ich werde deine Kinder zerbrennen!